Hi Leute und recht herzlich willkommen bei einem kleinen Let's Look At hier zu Eldrigh. Ein Spiel, was ja ein bisschen im Retro-Stil gehalten ist und was so ziemlich an die ganzen HB Lovecraft Bücher und so erinnert. Wobei die kenne ich jetzt an sich nicht, aber ich kenne viele Geschichten, die darauf basieren und so. Ähm, ja, es gibt ja massig, äh, ja, keine Ahnung, HB Lovecraft hat ja in sehr vielen Medien seine Spuren hinterlassen. Ich wollte mir ja schon immer mal die, äh, die, ähm, Videos, ja, äh, Bücher anschauen. Kam jetzt bisher noch nicht dazu, aber das heißt ja nicht, dass ich's, äh, nie schaffen werde. Na, ist ja nicht egal, wie ich das mach. Äh, achso, ich möchte die Lautstärke und die Musik etwa gleich wahrscheinlich halten, damit, die Effekte nicht wieder zu groß sind. Ansonsten, ja, Resolution ist okay. Es ist kein Fullscreen, obwohl's, äh, Borderless Window ist. Also, sehr cool. Ähm, Sprache kann man ändern in alles Mögliche, deswegen ändern wir sie mal in Deutsch. Ich weiß nicht, wie gut die deutsche Stichung hier, oder, beziehungsweise gibt's nicht, deutsche, äh, Bildschirmtexte hier sind. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Spiel. Das ist echt ein cooles, kleines, kleiner, ja, äh, Roguelike, ein bisschen, wie die ganzen Dungeon Crawler und so Zeug. Ich bin da ja echt Fan davon und die Grafik erinnert stark an Minecraft mit dem Specs, äh, Pure BD, ähm, Texture Pack, Resource Pack, wie auch immer. Ja, ja, wir fangen immer in dieser Bibliothek an, recht einfach. Hier ist eine kleine, ja, Leaderboard mäßig von uns selber. Äh, hier können wir, glaub ich, alle... Ehrlich gesagt, ich weiß noch sehr vieles über dieses Spiel nicht. Wir können auf jeden Fall unsere Figur hier kleiden. Ich lass das mal, man sieht sich eh nicht. Äh, man kann schlagen, man kann rennen, man kann springen, man kann sich ducken und schleichen. Das ist sehr wichtig in diesem Spiel. Und, joa, wenn man rennt und so kann man ein bisschen sliden. Das ist ziemlich cool hier. Das ist ein bisschen Tutorial, aber das brauchen wir ja nicht nicht. Ich weiß, dass es da hinten... ...ne, das hier gibt. Artefakte, die braucht man nämlich. Das sind im Prinzip die Währung, mit denen man sich dann später im Shop was kaufen kann. Ich hab das Spiel echt noch nicht weit gespielt, also ist das wirklich ein First-Impression-Video. Also, das, was es eigentlich auch sein sollte, würd ich mal sagen. Äh, hier kann man Dinge aufbewahren, wenn man in den einzelnen Dungeons war. Oder in den einzelnen Büchern in diesem Fall. Ähm, ja. Und kann die dann spielübergreifend oder runübergreifend, äh, behalten. Denn, da das hier ein Roguelike ist, es gibt's Permadeath. Also, man stirbt und dann fängt man neu an. Ja, in dem Fall wird man wiederbelebt. Normalerweise sind's dann andere Charaktere. Es gibt sehr viel zum Lesen hier in diesem Spiel. Man findet auch immer wieder Bücher und so. Äh, History der Bibliothek. Band 3 von 4, im frühen 20. Jahrhundert. Also, die... Ja, ihr dürft euch das gerne durchlesen. Für ein Video ist das nicht so geeignet. Ah ja, Früchte kann man natürlich essen. Das Spiel läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, ja, viele dieser Minecraft-ähnlichen Games lassen sich tatsächlich nicht so gut aufnehmen aus irgendeinem Grund. Kann ja auch die Bibliothek ein bisschen erkunden. Ne, ne, Quatsch. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Spiel an. Dann blickt ihr auch, äh, worum's geht. Welches Level gehen wir denn? Ich war zuletzt in der Frost-Ebene. Die ist echt fies. Und ich kam da nicht wirklich weiter. Jedes Mal, wenn man in ein Buch reingeht, äh, wird's wieder von vorne generiert. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt in ein anderes Buch gehen würde, würde mein Fortschritt auch verloren gehen. Wobei, teilweise war hier dann trotzdem, auch wenn ich hier praktisch meinen Spielstand weiter gemacht habe, das Level ein bisschen anders. Aber egal, wir gehen in ein anderes Buch, damit ich ein bisschen, ja, nicht so viel Ahnung habe. Äh, da, 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 du wirst deinen derzeitigen Fortschritt verlieren. Äh, gehen wir ins Asylum. Das sieht hier schön aus. Das ist hier auch wieder Bestenliste. Ah, das war's Asylum. Halt, das war gar kein Level. Was rede ich denn hier? Das hier ist, glaube ich, ein anderes Level. Dieses Buch ist in einer Sprache geschrieben, die dir komplett unbekannt ist. Als du die seltsamen Klüfen betrachtest, erscheint es dir, als würden sie sich vom Papier heben und die bizarren und unirdischen Formen der Kreaturen und Welten annehmen, die sie beschreiben. Die Worte umkreisen dich, lassen dich Bibliothek verblassen und füllen deinen Geist mit dem unerträglichen Geschnatter eines uralten vormenschlicher Sprache. Zutiefst erschüttert versuchst du das Buch zu schließen und findest dich in der fremdartigen Welt wieder, von der im Buch die Rede ist. Ja, ich find das ziemlich cool. Im Prinzip geht man also in Bücher rein. Ich mag das. Äh, Forscher-Tagebuch, Seite 1. Etwas Sonderbares ist mir widerfahren. Ich verspüre den Drang, dies niederzuschreiben, für den Fall, dass ich nicht zurückkehre. Das Letzte, woran ich mich erinnere. Ich untersuche dieses eigentümliches Buch in der Bibliothek und plötzlich finde ich mich in einer gefährlichen Welt voller lauernder Monster und trügerischer Fallen wieder. Ja, die Bücher werde ich vorlesen, weil die gehören zur Story und sind nicht extra Werk. Oder was heißt Story? Von der Story des Buches, deswegen. Sollte mein Untersuchung sich als richtig erweisen, so bin ich im verlorenen Tempel des uralten Gottes Dagon. Ein mächtiges Relikt soll sich in diesen Tiefen befinden. Vielleicht ist es der Schlüssel zu meiner Flut. Oh. Kompass, ein einfacher magnetischer Kompass. Wenn du ihn mit dir herumträgst, werden wichtige Orte auf deiner Minimap markiert. Der Kompass weist dir außerdem den Weg zum Levelausgang. Das ist cool. Es hat ein bisschen was von Binding of Isaac. Wie man vielleicht auch sieht, nur halt in 3D. Und es hat eine Menge, glaube ich, Lore. Also eben ganzen Age-Spieler-Craft-Anspielungen und so. Da wünschte ich echt, dass ich die Bücher gelesen hätte. Also wenn jemand von euch die Bücher sich schon mal reingezogen hat, kann er mir gerne sagen, wie für ihn das Spiel wirkt. Bin ich echt gespannt. Und übrigens, ja, man kann alles mögliche aufheben und als Waffe benutzen. Mag ich eigentlich ziemlich. Und man braucht es auch, denn Waffen sind hier sehr rar. Äh, ich hab, weiß nicht, ne Dreiviertelstunde, ne Stunde oder sowas gespielt, bevor ich mal einen Revolver gefunden habe. Und der hatte nur 3 Schuss. Was effektiv keinen einzigen Gegner getötet hat. Okay. Dopp, 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 dopp. Da hinten ist also ein Tier. Da ich keinerlei Ahnung habe, was hier feindlich und was nicht ist. Man kann sich um Ecken lehnen und wird dabei nicht erspäht. Kann ich dich besiegen? Ich glaube, ich hätte nicht unter die Eiswelt gehen sollen. Das war einfach noch nicht meine Zeit. Oder mein, ja, keine Ahnung. Das war halt einfach nicht das Anfangslevel gedacht. Ich glaube, das hier ist eher das Anfangslevel. Das hast du mich gesehen. Und? Ja, man kann auch schlagen. Also von dem her. Oh. Das ist nice. Und ja, ihr seht schon sehr viele Fallen und Abgründe zum... Oh, Gott sei Dank. In der Eishöhle gab es überall, äh, hier typisch Zelda-mäßige Eiszapfen, die von der Decke hingen. Ja, ein bisschen, ja, Zelda. Na, weiß noch nicht. Dafür habe ich noch nicht weit gespielt, um zu sagen können. Das hat ein bisschen was mit Zelda zu tun. Ne, ne, kann ich noch nicht sagen. Aber die Gegner können wir im Moment auf jeden Fall noch, äh, bekämpfen. Noch wenig Grund zu schleichen. In den anderen Level gab es ordentlich viel Grund zu schleichen, denn die Gegner waren nicht unbedingt einfach zu besiegen. Da kommen wohl Früchte irgendwann. Ah. Was ist hier? Ich finde die Optik echt cool. Ich weiß, es ist halt der X-te, der diese Optik hat, aber trotzdem, ich mag sie. Vor allem hier, es ist... In 1080p sieht es echt gut aus. Unsere Hände vielleicht nicht, aber ja. Ich könnte mir das Spiel auch extrem gut auf der Oculus Rift vorstellen und ich... Oh, verschlossene Tür. Ja, Schlüssel gibt es auch. Äh, ja. Auf der Oculus Rift vorstellen. Das wäre ziemlich cool. Joa. Ich wollte ja mal wieder ein Let's Look at machen und das Spiel bietet sich hier ziemlich an. Da unten geht es offenbar weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich da hin möchte. Die Steuerung schaut ziemlich gut. Ich spiele gerade mit dem Gamepad. Und es läuft alles super. Ich habe eigentlich auch keine Probleme zu zielen, außer das vorhin. Wo hätte ich eigentlich die Flasche aufsammeln können? Verdammt, ich weiß gar nicht, ob die Flasche zerbricht, aber der Stein auf jeden Fall nicht. Den hätte ich, glaube ich, aufsammeln können. Ah ja. Hi. Zwei Schläge, come on. Also vor den Gegner brauche ich jetzt wirklich nicht schleichen. Aber wie gesagt, da gibt es andere Level. Da gibt es ganz andere Level. Außerdem, immer wenn ein Gegner stirbt, wird er irgendwo auf dieser Ebene wiederbelebt. Oder mit anderen Worten. Es bietet sich durchaus an, einen starken Gegner nicht zu töten. Denn wenn man weiß, wo der starke Gegner ist, hat man schon mal einen riesen Vorteil im Gegensatz zu, wenn man es nicht weiß und man einfach überrascht wird. Und wenn man dann an dem Gegner vorbeischleicht, hat man ihn praktisch auch dauerhaft an einem Ort, ja, umgangen. Ist das denn beten? Äh, Statuen. Diese riesigen Statuen, Idole stellen furchtbare Kreaturen dar, wie sie nie zuvor auf der Erde gesehen wurden. Betest du an der Statue, wird dir eine besondere Kraft der großen Alten zuteil. Schleier, drücke L, um dich in einen Schleier aus Dunkelheit zu hüllen. Während du es zu füllen bist, können Feinde dich nicht sehen. Nach kürzerer Zeit lässt die Wirkung nach. Sei vorsichtig, Feinde können dich noch immer hören, während du Schleier benutzt. Es kostet 10, um Schleier zu verwenden. Ui, ui, 10. Sollte ich wirklich aufpassen. Joa, jetzt haben wir unseren Zauber und unsere Waffe. Jetzt kann alles kommen. Naja, wir haben nur 7 Schuss. Das reicht wahrscheinlich für eine Kakerlage. Das würde aber für keinen anderen Gegner, den ich bisher in diesem Spiel gesehen habe, reichen. Dup, 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 dup. Hopp. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen entlang. Können natürlich auch Kreaturen entgegenkommen, denn die sind ja eh klein. Schleier scheint mir echt was zu sein, wenn mir eine riesige Kreatur auflauert oder sowas. Wieso ist da immer noch was? War ich da nicht? Offenbar war ich hier noch nicht. Cool. Glaube ich. Ein Schlüssel. Yay! Ja, ich weiß. Ich kann mit Schlüssel Türen öffnen. Danke, Spiel. So. Ich möchte aber auf jeden Fall die Pistole erstmal behalten. Man ist hier auch relativ schnell tot, wie man an 3 Leben sieht. Ah ja. Und ich hätte das Fleisch vorher nicht essen sollen, denn... Ja, man isst sofort. Man kann sich keine Heilgegenstände erst... Oder zumindest habe ich noch keine gefunden, die man sich mitnehmen kann. Äh... Das ist ein Shop. Tatsache. Cool. Was ist hier die Währung? Laufstiefel. Einkauf. In jedem Laden steht eine Auswahl wertvoller Gegenstände zu verkaufen. Wenn du dir etwas nicht leisten kannst, kannst du versuchen, den Gegenstand zu stehlen. Das wird euch reden... Oh. Nein. Schneller laufen. 30. Nein, ich würde es nicht stehlen. Schlosserausrüstung. Erlaubt dir, für wenig Geld verschlossene... Für wenig Geld verschlossene Türen zu öffnen. Ähm... Was? Und zu verschließen? Das ist cool. Äh... Vers... Oh Gott, nee. Versteckt Waffenschaden. Verstärkt Waff... Oh Gott, ich kann die Schrift nicht richtig lesen. Sorry. Äh... Der Font ist nicht so gut. Finde ich. Zum Vorlesen. Vor allem weiß auf... Äh... Leicht beige. Äh... Nee. Nicht so eine gute Idee. Schwarze Schrift wäre ja super. Äh... Können Gelände zerstören. Wow. What? Das ist cool. Nitroglycerin-getränkte Stäbe. Explosiv und höchst instabil. Ha. Schlüssel. Ich kann mir Schlüssel kaufen. Eventuell keine schlechte Idee, aber ich weiß eh nicht, wie weit ich komme. Ob ich den besiegen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte es nicht probieren. Äh... Okay. Würde gern nochmal zurück zur verschlossenen Tür. Ich habe aber keinerlei Ahnung, wo die war. Aber... Wir haben Dynamit. Ich möchte aber auf keinen Fall meine Pistole dafür weglegen. Ach, ich kenne immer nur einen Dynamit. Okay. Ah, drei Ammo. Cool. 13 Schuss. Wow. Cool. Gerade in der Aufnahmesession. Hier läuft es verdammt gut. Äh... Ja. Das ist doch gut. Aber ich denke mal... Ja, ich dachte es mir... Da hat es kurz geruckelt. Ich denke mal, der Revolver lockt halt andere Gegner an. Das heißt, so schlau ist es unter Umständen gar nicht, den zu benutzen. Könnte ich mir gut vorstellen. Das war der Shop. Hopp. Das wird nicht... Doch. Doch, das wird tatsächlich auf der Map angezeigt. Okay. Ich sage nichts mehr. Wo war denn die verschlossene Tür? Dürfte ich da nochmal hin? Ich will da rein. Ich habe das Gefühl, dass es mir vielleicht helfen könnte. So leicht. Eventuell. Da war das Beten. Ich glaube, da war die Tür. Schauen wir mal nach. Aber wie gesagt, ich liebe Broguelike-Spiele. Ah. Ne, das war der Anfang. Ha. Kein H. Das war doof. Okay. Achso, hier kommen wir nicht weiter, gell? Da war was. Wobei, wer sagt das, dass wir hier nicht weiterkommen? Man kann sich auch an Kanten hochziehen. Finde ich ziemlich cool. Muss ja nicht alles immer... ...künstlich begrenzt sein, wenn man das tatsächlich auch in der... ...echt tun könnte. Ich meine, gut. Um eine Kante hochzuziehen, müsste man schon ordentlich stark sein. Ich glaube, die wenigen Leute würden das einfach so schaffen. Ja, wie gesagt, das Ziel geht echt gut. Ich spüre hier kein Auto-Aim. Aber da das eh so ein bisschen Dungeon-Crawler-mäßig ist. Oder, keine Ahnung, ein bisschen Doom-mäßig fast schon. Ist das Spiel, glaube ich, relativ verzeihend mit Schüssen. Also man kann auch mal ein bisschen daneben schießen, ohne dass es... ...gleich die Welt untergeht. Wobei, in diesem Spiel wäre ich mir da nicht so sicher. Aber das wäre eher thematisch und nicht egal. Ihr wisst, was ich meine. So. Bam, 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 bam. Ich habe keine Ahnung, wo ich entlang gehen sollte, ehrlich gesagt. Aber wir waren noch nicht hier, offenbar. Ich wollte eigentlich zur Tür, aber gut, dann halt nicht. Äh, okay. What is this place? Das frage ich mich echt. Ein Artefakt. Cool. Artefakt, das sind unsere magische Power. Also schon heftig. Also, den Zauber kann man nicht sehr häufig einsetzen. Also, so viel ist schon mal sicher. Das war das mal auf. Ein Decker ist eigentlich auch ganz gut. Ich benutze... Also, ich behalte nur das Dynamit, weil ich... ...irgendwelche, äh, ja... Zelda-like bröcklige Wände erkennen möchte. Wieso will ich da eigentlich hin? Ich möchte eigentlich zu der Leiter und hier mal weiterkommen, so langsam. Dum, dadum, dadum. Nicht zu der Leiter, eigentlich möchte ich da runter. Excuse me. Oh, da war... Da ist eine Tür. Okay. Ist aus. Ein Haufen Artefakte. Dreie Munition. Nochmal ein Artefakt. Nice. Können wir uns eigentlich beinahe schon was im Shop kaufen und... FPS gehen gerade runter. Das will mir nicht gefallen. Es ist plötzlich nur noch 30. Wollen wir mal ein 60. Nur so als Vergleich. Hm, 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 hm. Ach, hier war ich offenbar noch gar nicht, Eik. Okay. Alright, Game. Ah ja, die kommen hier übrigens nicht hoch. Man kann sich ducken, um, äh... Druntergelegene... Äh, ja. Feinde auszuschalten. Eigentlich ist es jetzt so ein Nachteil, dass ich, äh... Stynamid aufgenommen habe, weil durch diesen Trick kann man hier sehr viele Feinde umgehen. Und ja, ich begebe mich gerade nahe an die, ähm... Oh, cool. An die, ihr wisst schon, stacheln. Okay. Ah. Lass mich mal kurz alles in die Bank legen, wenn ich jetzt nicht komplett alles verliere. Ah. Also im Belohnungsraum oder sowas. Bye. Ist auch doof. Egal doch. Für... Was rede ich da? Ich bin hier am Aufnehmen. Wieso sollte ich an den nächsten Run denken? Nur das hier und jetzt ist wichtig. Swag, YOLO und so Zeug. Bäh. Egal. So, gehen wir hier hoch. Hast nochmal eine Statue. Hi. Ah. Das war daneben. Und ja, das Game ist... Er hat eine sehr gute Atmosphäre. Das kann man so sagen. Also wenn ihr so einen leichten Schauer mögt, ohne jetzt Jumpscares oder sowas drin zu haben, sondern einfach eine gute Atmosphäre und dadurch Grusel, dann ist das Spiel auch was für euch. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Oder ist das jemand anders? Äh. Ach so. Das habe ich immer noch. Okay. Never mind. Hm. Hm, hm, hm. Bin ich jetzt einfach wieder oben? Ich glaube ja. Ich glaube, ich bin da gerade runtergegangen und dann wieder hochgeklettert. Äh. Nein. Ich möchte da aber nicht runterfallen. Das ist ein Unterschied. Runterklettern und runterfallen. Ein Unterschied, den ich schon in mehreren Games... Und der jeder von uns wahrscheinlich schon schmerzhaft merken durfte. Hm. So viele Türen. Okay. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Gegner gibt, die durch Türen laufen können und Gegner, die nicht genügend Intelligenz dafür besitzen oder sowas. Und mit anderen Worten, dann eben die Fähigkeit, Türen zu verschließen, echt nützlich ist. Weil dann Gegner einfach nicht hinkommen. Das hier ist ein bisschen... Ich kann nicht durch Türen durchschießen, aber ich kann hier rüber. So. Wie sieht es aus? Geht ja wohl. Irgendwie ist das ein bisschen... Okay. Von mir aus? Gerne. Ich meine... Wenn man in den Raum auch so kommt? Von mir aus? Ich würde wirklich nichts dagegen. Hm. Uns wurde sogar daran gedacht, dass man hier wieder rauskommt. Man hätte es ja auch denken können, dass der Schlüssel dafür da ist, dass man wieder rauskommt, wenn man drüber springt, aber nein. Der Schlüssel kriegt man. Das ist cool. Echt so leichte... Rätsel, obwohl zufallsgeneriert. Wobei ich weiß nicht, wie stark zufallsgeneriert ist. Das wird sich erst noch rausstellen. Hi. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Interesting. Ein Viereckraum. Also vier Räume aneinander in einem Viereck. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Erkennung, wenn man meine Tür aufmacht. Ist noch nicht ganz perfekt. Und habe ich da gerade... Ja. Also, ne, da war ich gerade. Bäh. Orientierungssinn. Please. Ich habe sogar eine Minimap. Was ist das? Ein neuer Gott. Aber hallo. Materialisieren. Drücke L, um eine mystische Barriere zu erschaffen, wenn diese Barriere um Gegner den Weg zu versperren oder um an schwer erreichbare Stellen zu gelangen. Sehr vorsichtig. Du kannst dich auch so selbst einmauern. Das kostet eins. Eins? Äh. Äh. Wir können einen Block erstellen. Yeah, Minecraft. Herzlich willkommen oder Hallöchen-Pupföchen zu meinem Minecraft-Desplay. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Äh. Wie gesagt, nichts, dass ich irgendwas gegen Minecraft hätte. Im Gegenteil. Ich bin auch ein großer Fan von Minecraft. Aber ich würde außer Hexit oder irgendeine Mod oder... Oder was Besonderes würde ich jetzt persönlich keinen Minecraft-LP machen, denn davon gibt's einfach schon genügend sehr gute Leute, die das machen, vor denen ich großen Respekt habe und an die ich sehr wahrscheinlich, äh, in Sachen Minecraft jetzt, äh, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr rankommen würde. Mh. Dup, dadadadadap. Ich hab übrigens keine Ahnung, wo ich hingehe, deswegen diese Diskussion. Ich kann da offenbar nicht durch. Da oben geht's. Ah. Cool. War ich auch noch gar nicht. Super. Wollt mal ein extra langes Video. Es läuft auch gerade so gut wie in den letzten Runs noch nicht. Aber ich hab jetzt auch noch nicht so viele Spielstunden in diesem Spiel. Also von dem her wundert mich das auch nicht. Ich bin noch in der Lernphase und da ist jeder Run besser als der vorherige. Bam, bam, bam und das Spiel zeigt das sehr gut und macht das auch sehr gut. Und solche Spiele funktionieren einfach zufallsgeneriert. Reicht gut, finde ich. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Okay, so komm ich also hier hin. Äh. Interesting. Das mal mit. Nochmal drei Schuss. Ich verliere keinen Schuss. Vorhin sag ich noch, dass alles hier ein bisschen knapp ist. Damit. Kann ich das machen? Äh. Ich glaub. Äh. Äh. Verdammt. Verdammt. Okay, nein. Achso, ich hätte mich ducken können. Ich kann mich jetzt immer noch ducken. Und dann hier entlang und dann. Äh. Ah, so funktioniert das also auch. Was weiß ich, ich kann das machen. Ha. Ausgedrückt Spiel. Nein, nicht wirklich. Das hier. Hm. Lasst mich erst mal hier rumgehen und hier alles erforschen. Ähm. Ich sagte hier alles erforschen. So, ich nix. Jumai. Kann ich auch nichts machen. Dann nochmal den Trick anwenden. Hopp. Hopp. Was heißt Trick anwenden? Das ist doch kein Trick. Egal. Hopp. Äh. Nimm mich doch gerne. Das sind zwei Blöcke. Also das ist mal. Okay, ich hab die andere Fähigkeit nie benutzen. Können. Aber das ist doch mal sehr viel nützlicher als ein 10 Mana Spell. Wo man. Hm. Nur so selten Mana bekommt. Logischer Satz ist logisch. Okay. Wir müssen uns irgendwie jetzt mal an das Raumlayout gewöhnen und ein bisschen weiter gehen. Weil wir auch einfach hier runter gehen können. Das ist ja auch neu. Fallschaden ist sehr gut. Finde ich bisher gemacht. Hab noch keinen bekommen. Deswegen ist ja gut. So definiere ich das jetzt mal. Dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von dem Game sehen wollt. Wie gesagt, ich warte immer darauf, dass nirgenden Let's Look It mal die Leute schreiben. Oder ihr schreibt. Besser gesagt eher. Dass ihr mehr sehen wollt. Dann darf ich das Spiel nämlich noch ein bisschen mehr für euch zocken. Dup, 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 dup. Da ist offenbar der Exit schon. Was ist ne Leiche? Ja, die Monster. Unterschiedliche Gattungen von Monstern töten sich gegenseitig. Das hab ich auch schon bemerkt. Der nächste Floor. Aber, interesting. Natürlich gehen wir runter. Hallo? Hier ist ein bisschen heller. Aber ich befürchte auch, dass es hier nicht mehr so leicht wird. Ich hätte auch gerne eine Bank zum Bunkern meines Geldes. Eine Reichweite. Wobei ich das nicht einfach so machen werde. So rein theoretisch. Dup. Hm. Hi. Aua. Seht ihr, das war schon ein Health verloren. Verdammt. Einmal falsch gezielt. Sicherlich mit Maus kann man besser zielen. Das ist immer so. Keine Frage. Aber, Gamepad. Ich bin Gamepad-Fan. Sagen wir es einfach mal so. Klar. Verschlossen. Nein. What am I going to do? I don't know. Vielleicht zu einem unbekannten Gott beten. Hi-Auge. Ich will kein Schleier. Es geht einfach. Okay. Ich will kein Schleier. Nein. Ich hätte darauf achten müssen. Okay. Man muss also darauf achten. Ich dachte es gibt einen irgendwie eine Warning oder so. Ich habe bisher noch nie. Nachdem ich eine neue Fähigkeit gehabt habe. Noch mal eine bekommen oder so irgendwie. Gut. Das ist eh schon kaputt. Aber ich schieße trotzdem nochmal drauf. Ich bin paranoid. Das sieht mir auch eher kaputt aus. Aber ich schieße auch nochmal drauf. Ich habe genug Munition. Maha. Ich werde sowas in den Arsch beißen. Aber egal. Dip, 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 dip. Ich weiß. Ich weiß. Für so ein Game wäre... Facecam eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich habe ja mal gesagt. Ich mag keine Facecams. Und das stimmt auch. Ich schaue sie mir gerne an. Aber... Weiß nicht. Möchte mein Gesicht euch jetzt nicht so ins Video drücken. Ab. Oh. Cool. Das hätte mich ja auch umbringen können. Aber ich habe mal was riskiert. Und wurde belohnt. Yay. Nein. Decker. Okay. Will keinen Decker. Dynamit bringt mir bisher recht wenig. Außer... Und das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Einfach nur. For the lols. Ich kann Wände sprengen. Achso. Ich muss ja hier nach oben. Stimmt. Ich bin ja hier schon ganz unten offenbar. Hopp. Und das ist immer noch dieselbe Ebene. Okay. Interesting. Glaube ich. So. Hi. Aber es geht. Ja. Ich bin zufrieden, um da runter zu gehen. Deal with it. Ähm. Okay. Hier. War ja noch nicht. Aber man erkennt glaube ich schon so langsam ein paar wiederkehrende Strukturen. Bei ihr das sicherlich besser seht als ich. Der das Spiel gerade spielt. Hm. lasst mich mal was probieren. Ich weiß nicht wie weit. Äh. Tatsache. Das ist ja cool. Kann man jetzt sich tatsächlich durch den Boden sprengen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Überall frei sprengen und so. Werde ich sterben? Nein. Werde ich nicht. Äh. Heben. Drücke L, um dich selbst hochzuschleudern. Du kannst Heben auch in der Luft benutzen, sodass du noch höher Stellen erreichst. Cool, glaube ich. Oh. Alles nützlicher als den ersten Zauber, den wir bekommen haben. Bist du ein Alien? Wenn das der Shopkeeper war, dann hätte ich ihn auch vorhin killen können. Okay, das Spiel ist glaube ich noch... Wenn man ihm gerade was vorwerfen könnte, dann ist es ein bisschen zu leicht. Wobei ich das im anderen Gebiet noch nicht gesagt habe, aber... Boah, wieder ein wiederkehrender Raum. Hopp. Okay. Nicht sonderlich schwer. Looten und leveln. Looten und leveln. So. Naja, leveln gibt es hier nicht wirklich. Bin auch noch gespannt, was hier das permanente... Ist, außer Gold. Weil, naja, wenn man die Fähigkeiten behalten könnte, wäre es natürlich schon cool. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu heftig. Wobei diese hier ist es nicht unbedingt... Äh... Im Kampf im Vorteil. Ich glaube, die haben das so balanciert, dass die... Im Kampf zum Vorteil... ...liege... Äh... Bisschen heftiger... Kosten. Oh! Hi! Bisschen hältst du zwei aus? Und ich höre noch einen. Hi! Oh! Dankeschön. Ach, Kopfschüsse sind alles unterschiedlich. Na gut. Ist mittlerweile Standard, aber... Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ist ja ein neues Spiel. Das muss dann leider auch reichen als... ...Review, da meine Festplatte gerade... ...ääh... ...ja... ...voll gelaufen ist. Ähm... Tschau Leute! ...